Männer sind verrückt nach Frauen, die diese fünf kleinen Dinge tun. Hast du dich jemals gefragt, wie es einige Frauen schaffen, das Herz eines Mannes zu erobern, ohne es überhaupt zu versuchen? Wenn du denkst, dass es daran liegt, dass sie wie Models auf einem Laufsteg aussehen oder dass sie einfach nur Glück haben, muss ich dir sagen, dass du dich da ehrst. Diese Frauen kennen die Geheimnisse, wie sie einen Mann dazu bringen können, sich in sie zu verlieben, und das hat nicht zu viel mit ihrem Aussehen zu tun. Sie laufen ihren Männern nie hinterher oder versuchen zu sehr, ihre Aufmerksamkeit zu erlangen. Stattdessen lassen sie die Männer die ganze Arbeit machen. Und das ist genau das, wonach sich jeder echte Mann da draußen sehnt. Wahre Männer wollen für dich kämpfen und deiner würdig sein, und du musst ihnen nur die Gelegenheit geben, zu zeigen, dass sie in der Lage dazu sind, dich zu erobern. Wenn du also lernen willst, wie du einen Mann dazu bringen kannst, sich in kürzester Zeit in dich zu verlieben, dann gibt es hier das Geheimnis, mit dem du es schaffen kannst. Frauen, die es geschafft haben, Männer verrückt nach sich zu machen, wissen, dass das Geheimnis in diesen fünf kleinen Dingen liegt. 1. Sie lassen die Männer ihnen hinterherlaufen Frauen, die wissen, wie man Männer verrückt nach sich macht, sind sich der Tatsache bewusst, dass die Männer ihnen hinterherlaufen sollten, und nicht umgekehrt. Schließlich ist es das Grundgesetz der Beziehung zwischen Mann und Frau, das nicht vergessen werden darf, auch nicht in unserer modernen Zeit, in der viele Frauen gezwungen sind, diejenigen zu sein, die die Hosen in einer Beziehung anhaben. Doch echte Männer sind verrückt nach Frauen, die ihnen die Chance geben, ihnen hinterherzujagen, weil es in ihrer Natur liegt, zu jagen und sich zu bemühen, dich zu erobern. Das ist eine der wichtigsten Dinge, die du beachten solltest, wenn du die Kunst meistern willst, sie dazu zu bringen, sich in dich zu verlieben. Diese Art von Frauen tun das, weil sie wissen, dass Männer sich nicht verlieben, wenn sie etwas leicht bekommen können. Sie verlieben sich erst in dich, wenn sie dir etwas geben. Und deshalb solltest du ihm immer genügend Freiraum lassen, um weiterhin hart daran zu arbeiten, dich glücklich zu machen. Und wenn er spürt, dass es ihm gelingt, wird er verrückt nach dir sein. Zweitens, sie lassen Männer ihren Wert beweisen Eine Frau, die weiß, wie man einen Mann dazu bringt, sich schwer in sie zu verlieben, macht sich nicht die Mühe, ihm zu beweisen, dass sie es wert ist. Stattdessen muss er ihr beweisen, dass er es wert ist. Und sie tut das, indem sie ihm nicht hinterherläuft oder ihn zu früh für etwas lobt. Sie gibt ihm Zeit, ihr zu beweisen, dass er es wert ist, und während dieser Zeit ist sie geduldig. Frauen, die wissen, wie man Männer dazu bringt, verrückt nach ihnen zu werden, starren nicht auf ihr Handy und warten auf seinen Anruf. Sie betteln ihn nicht an, sich bei ihr zu melden. Und vor allem macht sie sich nicht die Mühe, zu viel über alles nachzudenken. Stattdessen beschäftigt sie sich mit anderen Dingen in der Zwischenzeit. Dieses Konzept der Umwerbung funktioniert nach dem Prinzip, dass Männer jagen und sich als würdig erweisen müssen. Tja, und alles, was du tun musst, ist abwarten und es passieren zu lassen. Drittens, sie drücken ihre Gefühle aus Eine Frau, die weiß, wie man das Herz eines Mannes erobert, hat keine Lust auf Streitereien, sie lässt sich erst gar nicht darauf ein. Sie erklärt ihm klipp und klar, was sie mag und was nicht. Der Trick dabei ist, dass es erst zu gar keiner unausgeglichenen Beziehungsdynamik kommt, weil sie immer gleich ausdrückt, was sie will und was sie nicht will. Weil sie selbstbewusst mit ihren Wünschen und Forderungen umgeht, kommt sie erst gar nicht in die Lage, wo sie ein Defizit von ihm einfordern muss. Und wenn er ein Mann ist, der deine Wünsche respektiert und wie du dich fühlst, wird ihn das umso mehr inspirieren, um dich zu kämpfen. Er wird entschlossener sein, sich mehr anzustrengen und bemühen, dich glücklich zu machen. Viertens, sie tolerieren keinen Mist Ja, Frauen, die wissen, wie man einen echten Mann dazu bringt, sich in sie zu verlieben, lassen sich seinen Mist nie gefallen. Stattdessen teilen sie ihm von Anfang an mit, dass sie bestimmte Verhaltensweisen nicht tolerieren werden. Das ist extrem wichtig, einen Mann wissen zu lassen, dass man nicht bereit ist, nach seiner Pfeife zu tanzen. Er wird sofort wissen, dass du keine leichte Beute bist. Er wird dich als jemanden einschätzen, für den er sich anstrengen muss, und das wird ihn dazu bringen, dich noch mehr zu schätzen. Fünftens, sie machen einen Typen nicht zu ihrer Priorität. Ein weiteres Geheimnis, um das Herz eines Mannes zu erobern, ist, ihn nie zu deiner Priorität zu machen. Zumindest nicht am Anfang. Denn wenn du das tust, könnte er sein Interesse an dir verlieren. Also, was bedeutet das? Es bedeutet, dass du dein Leben nicht auf Eis legen solltest, nur weil du Hals über Kopf in ihn verliebt bist. Wenn er dich zum Beispiel auf ein Date einlädt, du aber bereits etwas mit deinen Freunden vorhast, solltest du deine Pläne nicht ändern, nur um mit ihm auszugehen. Denn wenn du das tust, gibst du ihm den Eindruck, dass dir seine Zeit wichtiger ist als deine. Und natürlich wird er dann aufhören, dich zu jagen, weil du sowieso verfügbar bist. Das Erfolgsrezept besteht also darin, ihn dich verfolgen zu lassen, ihn seinen Wert beweisen zu lassen, keinen Mist zu tolerieren und ihn nicht zu deiner Priorität zu machen, bis er dir bewiesen hat, dass er es wert ist, ein Teil deines Lebens zu sein. Denk daran, dass du, egal wie verrückt du nach ihm bist, dich beherrschen und ihm Freiraum geben musst, um dich zu erobern und wenn dir das gelingt, wird er sich definitiv verrückt und zutiefst in dich verlieben.